herzlich willkommen zu meinem erklärvideo aus der reihe geschichte kurz und einfach erklärt heute geht es um das kapitel das reich der franken im zusammenhang mit dem thema mittelalter wie immer findest du in der video beschreibung hinweise wo du den text beziehungsweise das kriptum zum video und übungs materialien finden kannst dadurch das video auch anhalten neu starten oder zurückspielen kannst wirst du ganz nach deinem eigenen tempo die inhalte sicher gut verstehen können das reich der franken der aufstieg des frankenreichs unter den mehrrowingern das franken reich im stand im 5 jahrhundert unter seinem ersten könig ludwig den ersten der lebte von 466 bis 511 aus der familie der mehrrowinger durch zahlreiche oberungen des germanischen stammes der franken in den jahrhunderten der völkerwanderungszeit die er vom vierten bis zum sechsten jahrhundert andauerte das reich der germanischen franken existierte wesentlich länger als zum beispiel jenes der anderen germanischen stämme der westgoten ostgoten vandalen und sachsen den herrschern der franken wie zum beispiel ludwig den ersten und später die mächtigsten unter ihnen carlin grosso gelang es vom fünften bis zum neunten jahrhundert ihren machtbereich stark auszuweiten im siebten jahrhundert entstand in arabien durch das wirken des propheten muhammad die religion des islam durch missionierung handel und kriegerische oberungen konnten islamische führer ihren glauben und machtbereich rasch erweitern das vordringen des islamischen herrschaftsbereichs von arabien ausgehend über nordafrika nach europa erfolgte über spanien die franken kommt im 8 jahrhundert in der schlacht von tour und portier 732 im heutigen frankreich das vordringen der islamischen araber aufhalten islamische herrscher konnten sich in spanien bis ins 15 jahrhundert dem versuchen christlicher königreiche widersetzen ihr ursprünglich im 8 jahrhundert erobertes gebiet wieder zurück zu obern diese rückeroberung wird als rekonquista bezeichnet das frankenreich unter den karolingern im 8 jahrhundert entmachtete pippin aus der familie der karolinger die fränkische herrscherfamilie der merowinger die karolinger waren vor deren machtübernahme hausmeier oberster verwalter im reich der franken gewesen das frankenreich wurde unter seinem herrscher karl aus der herrscherfamilie der karolinger im 8 und 9 jahrhundert und dem byzantinischen reich also das oströmische reich eines der drei mächtigsten reiche europas der karl aus sicht der nachfolgenden generationen einen besonders großen einfluss auf die menschen seiner zeit hatte wurde er auch als karl der große bezeichnet karl gelang es zahlreiche gebiete unter anderem im heutigen deutschland frankreich spanien italien und österreich zu obern er führte dabei unter anderem kriege gegen araber in spanien im osten gegen slawen und germanische stämme wie die bayern sachsen und langobaden karls reich war so groß dass er immer wieder auf reisen war und so von einem stützpunkt zum nächsten unterwegs war um es regieren zu können diese stützpunkte bzw herrschersitze die sogenannten residenzen wurden falzen genannt und waren so gut ausgestattet dass es möglich war karl und sein gesamtes königliches gefolge den sogenannten hofstadt versorgen zu können man spricht und so spricht von sogenannten reisekönigtum wenn herrscher nicht eine einzige residenz bzw hauptstadt haben und deshalb immer wieder reisen müssen um so von unterwegs aus ihren land regieren zu können zum schutz der grenzen des fränkischen reiches wurden bestimmte grenzgebiete besonders mit zusätzlichen soldaten und befestungsanlagen geschützt diese grenzregionen wurden als marken bezeichnet karl veranlasste unter anderem das zahlreiche klöster gegründet und kirchen gebaut wurden der gleiche bibeltext im gesamten reich verwendet wurde latein von priestern also latein als kirchensprache verwendet wurde die katholische liturgie also die art und weise der feier des gottesdienstes überall im reich in gleicher art und weise gefeiert wurden der fränkische könig karl veranlasste dass einige schulen gegründet und der unterricht verbessert wurde es wurde eine neue schrift die sogenannte karolingische minuskel eingeführt und latein als gelehrten sprache bzw wissenschaftssprache gefördert in der zeit karl des großen kam es zu zahlreichen veränderungen im bereich der wirtschaft die menschen konnten durch die einführung einheitlicher münzen und damit eine gemeinsame währung im gesamten fränkischen reich mit den gleichen münzen zahlen vorher und nachher zahlen vorher und nachher konnte es im mittelalter vorkommen dass zum beispiel ein reisender in mehreren städten des gleichen reiches mit unterschiedlichen münzen sein essen unterkunft hatte zahlen müssen erst mehr als 1000 jahre später wurde im jahr 2002 durch die einführung des euro in einigen staaten der europäischen union also der eu eine vergleichbare möglichkeit für die menschen dieser länder geschaffen durch die zunehmende einführung einheitlicher maß und gewichte wurde die herstellung und der handel mit produkten wie zum beispiel getreide und wein zusätzlich gefördert derartige versuche die maße einander anzugleichen war für eine günstige wirtschaftliche entwicklung sehr bedeutsam da zum beispiel einzelne städte oder regionen darauf bestanden dass der wein innerhalb ihres gebietes nur in den von ihnen vorgeschriebenen behältern mit einem bestimmten volumen verkauft werden durften dass sich diese vorgaben von region zu region stark unterschieden konnten händler mit unter anderem sehr aufwendig den wein immer wieder ein anderer behälter abzufüllen nach dem zerfall des fränkischen reichs im 9 jahrhundert wurde in den verschiedenen regionen europas wieder zunehmend unterschiedliche währungen maße und gewichte eingeführt die herrscher des frankenreichs bemühten sich schon seit ihrem herrscher glodwig dem ersten aus der familie der merowinger im fünften jahrhundert um eine gute beziehung zur katholischen kirche mit der taufe glodwig des ersten wurde nicht nur er selbst christ sondern sein ganzes fränkisches volk gehörte seit damals dem christentum an man spricht von der christianisierung die christlichen europäischen herrscher versprachen während des mittelalters sehr häufig die kirche vor äußeren feinden zu schützen und erhielten als gegenleistung die unterstützung der kirche in dem diese unter anderem die gläubigen daraufhin wies den fürsten gehorchen zu müssen da dies gott zu wolle da auch karl herrscher familie der karolinger den damaligen papst unter anderem versprach die katholische kirche anderen versprach die katholische kirche für ihren feinden wie zb dem germanischen volk der langobaden zu schützen grönte dieser ihn am 25 dezember des jahres 800 in rom zum ersten kaiser des heiligen römischen reiches karl nutzte seine eroberungen unter anderem auch dazu den christlichen glauben gewaltsam zu verbreiten so wurden zahlreiche menschen aus dem germanischen stamm der sachsen ermordet da diese sich nicht zum christen umbekehren wollten das würde man als zwangschristianisierung bezeichnen in den letzten jahren vor seinem tod verbrachte karl besonders viel zeit in seiner im heutigen deutschland gelegenen lieblingspfalze in aachen das frankenreich wurde nach dem tod karl des großen unter seinen nachfolgern mehrmals geteilt im 9 jahrhundert entstand schließlich ein westfrankenreich und ein ost vielen dank für deine aufmerksamkeit im nächsten video geht es dann um das thema das lehnsystem des mittelalters